so dass immer wieder diesmal habe ich es gefunden jetzt weiß ich wo es liegt und zwar müssen wir da jetzt noch mal in die fläche ruinen ich denke mir das hinten in den tunnel ganz hinten ist dann mal schauen ob es da ist ich habe das jetzt mal extra nicht nachgeklettert aber ich kann mir bedenken dass es da nicht weil eine andere möglichkeit kann eigentlich nicht sein da wir ja auch zwei artefakte gesammelt haben muss es ja reinkommen ich glaube ich habe glaube ich war genau in erinnerung dass da noch was war so schauen wir mal und zwar genau da müssen wir hin glaube ich schauen wir einfach mal so glaube ich gerade richtig ja so 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 ich Untertitelung des ZDF, 2020 Genau, das müsste rein theoretisch das hier sein. Das könnte aber auch was anderes sein. Ich bin der Meinung, dass es hier ist. Genau. Das sollte es jetzt rein theoretisch sein. Genau. Okay, das hat es geschafft. Sarah? Tell me you're having visions. Oh, no. I'm just staring into space. Okay, then. Let's get going. Okay. Get loose. Wunderbar. Genau. Das wollten wir ja nur haben. Der Armors hatte ich doch noch richtig in Erinnerung. So, natürlich reisen wir gleich dorthin. Damit wir unser Abenteuer fortsetzen können. Okay. Was ist das? Was ist das? Okay. Was ist das? Wir werden in langen Ladezeiten vorbeikommen. Die Lade ist ein Schuss des Knives. Die Glückwunsch ist ephemeral. Es bleibt Angst in ihrem Wagen. Ein Angst, dass zu schnell die Zeit kommt, wenn du wieder Wiedersehen möchtest. Doch du kannst aber nur lange lange für den nächsten Verkauf. Die Menschheit ist eine große Schmerz. Wir preferen die Vergangenheit zu der Zukunft Unzertanz. Wenn man das bei sich zu Hause hat. Die Däuner der Schmerz des Schmerz. Die Schmerz des Schmerz der Schmerz. Wie? Das Schmerz des Schmerz des Schmerzes und zum Schein. Das Schmerz des Schmerz des Schmerz des Schmerzes. Was? Sarah? 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 Nein! Nein! Warte! Sarah! Was ist falsch? Was hat sie gesehen? Bleib da nicht stehen! Renn nachher! Hat Sarah das gleiche Kraft als du? Aber warum? Warum reagierte sie so wie sie macht? Wow! Das ist ein gigantischer Monster! Ui, Party! Snow, ist das wirklich dich? Ich kann's nicht glauben! Sarah? Am ich wieder so träumen? Sie träumen oder nicht. Wir müssen hier raus! Party! Ich bin nicht kaputt! Ich werde dir eine Hand! Nein, ich werde es aufhören! Du gehst hier! Hey, du bist du? Was Sarah aufhören? Ich glaube nicht so. Fine, wir machen es zusammen! Oh, ja! Das ist jetzt widerlich! So, im Übrigen haben wir jetzt nur noch was für das. Bummkörper! Und eine geile Musik in der Runde! Äh, ja! Wollen wir mal so langsam teilen? Also, im Übrigen ist ja immer so langsam teilen. Hö, ja! Und jetzt, um, jetzt zie ich dich! Ich bin einstenscher, habe ich dich nicht gesehen! Ich bin einsteig nicht! Was ist hier geworden? Ich habe ihn noch. Ah, ich glaube, er hat einen Splash-Clack mit. Ich habe ihn noch nicht verstanden. Schlechte Vorbereitung Rülpsor Ja Aber natürlich in den Let's Play hier Oh, jetzt habe er fast Hier ist er ganz böse So, dann wollen wir ihn nicht mehr oben treiben So, dann wollen wir ihn nicht mehr oben treiben Wuuuh Du wirst jetzt sterben Hast du das verstanden? Und zack, kein Problem für uns Dieser Gelichmier hat mich weg Komm, alle zusammen Jetzt mit dir! Party! Hoch! Ja, mach's! Geiler Scheiß Oh, jetzt Ja, klar Ah, dauerhaft Ja, mal zurück Und, kommt noch was Natürlich Tschüss! Eiß mehrfach Rüber Und Perfekt! Oh, das ist doch freundliche Musik hier Oh, das ist doch Ich will nicht mehr Je Wurde Lass uns Ja, wir haben ihn hart Als es vacuit wird Ich meine, wir kommen hier aus Hier Schau, dort Oh, das ist doch Ich bin nicht nicht Ich bin nicht Lass uns Wir gehen Ich bin nicht Wurde Ich bin nicht Wurde Okay. We're getting married. It's on hold for now. Yeah. You know, somehow I didn't expect you to be such a hothead. All I hear is what a great guy Snow is. And look where you are, all the way in the future. I'm sorry, who's the hothead? What were you thinking bringing Sarah out here? Listen, Snow... Guess what, Lightning? I found Snow again. He hasn't changed a bit. Still as reckless as ever, still doing his own thing. To think I spent all that time worrying about him. Stupid me. Guess I'll never learn. And that's how we got here. Now it's your turn. Why did you up and leave Sarah? What are you doing, fighting here in the future? You really want to know? I asked, didn't I? Lightning appeared in my dreams too. Can you believe it? You saw Lightning? She told me I had to protect Cocoon. So I started jumping through time, checking things out. I learned that the giant jelly bean back there knocks Cocoon down. You mean the flan we just fought? Uh-huh. According to the stories I heard back in my own time, Cocoon was brought down by war. Well, there's more than just one cause. Did you see what it was doing, that flan? It's melting the crystal of the pillar, bit by bit. But Vanille and Fang, they're inside it. Yeah. So Cocoon starts to get unstable. People feel the tremors and begin to panic. Next thing you know, everyone's fighting each other. It's consistent with what I know, sort of. I can't believe Lightning appeared in your dreams as well. She told you to protect Cocoon's pillar. So she must want you to save Vanille and Fang. Like I said, sometimes you've got to make a stand. I don't have a choice. My mission is to stop that thing for good. Hope confirmed it for us. He said Lightning is alive. Somewhere out there. Okay, no way. You met Hope? Well, if he says she's doing all right, you've got nothing to worry about. Hope's a smart kid. Listen, Sarah, I've got an idea. How about putting your search on hold for a spell? Right now it's Fang and Vanille who really need our help. And if the pillar continues to be damaged like this, Cocoon will start to wobble and shake. We have to do something about that flan. Hope told us to try and protect Cocoon. I think that's what my sister would want to do. None of this makes sense. There are thousands of flan appearing out of nowhere and they're fusing and creating a beast that shouldn't exist. Man, that looks like a paradox. Could it be a paradox? 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 If it is, we'll need to do some traveling to fix it. Which means you've got to find an artifact first. Lightning. Did you meet Snow in his dreams? Is there a reason why you can only talk to us when we sleep? Snow hasn't changed one bit. Even though it's been years since I last saw him. He's still as hot-headed as the day we said goodbye. It makes me so mad. But it's a relief, too. I've been caught up in the fate of the world for so long. It feels good to worry about the simple stuff. Being with Snow helped me forget about what the future might hold. Tja, wir werden den Pod enden und mal schauen, was im nächsten Pod passiert.